Der Spielstand kommt den Tessinern natürlich entgegen. Und da ist Amura, der wird aber abgebissen von Jonto, wird Freistoß geben für den FC Zürich. Da hat der Algerier klar das Bein stehen lassen. Dann Reto Ziegler. Lovric, ein gutes Zusammenspiel mit Amura, dann Lavanchi, wieder Lovric. Amura, wieder gegen Karol Metz. Diesmal löst das der Estne sehr gut. In Ruhe, Keile Selassi. In Ruhe, Keile Selassi. So, jetzt startet Amura. Amura vorbei an Metz und mit den 3 zu 1. Ja, ich hab's gesagt, das ist ein klasse Konterstürmer. Goldenes Händchen von Mattia Crocci-Torti. Fünfter Saisontreffer für Mohamed Amura, aber da hat Karol Metz miserabel ausgesehen. Ein langer Ball reicht, um hinter die Affäre zu kommen. Und dann lässt sich der estnische Nationalspieler dann doch ziemlich einfach ausspielen. Natürlich war da auch das nötige Quäntchen Glück dabei aus Sicht des Algeriers. Aber er war schlicht und einfach zu wirbelig für den in dieser Situation.